Wir betreiben 40 Hektar Fläche. 30 Hektar davon benutzen wir für Stauden, Mutterpflanzen und Farmspflüge. Wir kultivieren pro Jahr 4 Millionen verschiedene Stauden und Gehölze. 75 bis 80 Prozent davon verwehren wir selber durch Stecklinge oder Teilung. Hier auf unserer Containersteilfläche reiten die Pflanzen 10 bis 15 Wochen, bis sie voll durch Wurzeln sind und dann garantiert anwachsen können. Insgesamt beschäftigen wir über 100 Mitarbeiter, die dafür sorgen, dass die Pflanze, wenn sie sie im Gartencenter sehen, perfekt groß sind. Hier in unserem Privatverkauf, dem Campo Verde, können Sie unter 1000 Pflanzen auswählen. Für die richtige Auswahl unterstützt Sie unser fachkompetentes Personal und steht mit Rat und Tat zur Seite. Heute auf drei Wochen mit Rat und Hotel drüben. Tanken Gotti,